Argus ist eine griechische Stadt im Nordosten der Peloponnes, die vor ca. 5000 Jahren gegründet und von Griechen, Römern, Byzantinern, Venezianern und Türken geprägt wurde. Die Stadt selbst hat heute rund 22.000 Einwohner, mit den umliegenden Orten im Stadtbezirk 22.600. Argus gilt als die älteste kontinuierlich besiedelte Stadt Europas. Im Zuge der griechischen Verwaltungsreform 2010 wurde die Gemeinde Argus mit sieben weiteren Gemeinden der Umgebung zur neuen Gemeinde Argus Mykene fusioniert, in der Argus einen Gemeindebezirk bildet und Sitz der Gemeindeverwaltung ist. Geografie Argus ist Hauptort und Namensgeber des Bezirks Argolis. Mythologie Argus ist eine wichtige Stadt der griechischen Mythologie. Der Sage nach wurde Danaos nach seiner Flucht aus Ägypten zum Herrscher über die Argolis eingesetzt. Sein Sohn Adrastos wurde zum Führer der sieben Gegenteben. In den Eben-Humers wird Diomedes zum König von Argus. Ursprünglich soll Argus Vorwoneikon geheißen haben nach Voroneus, dem Großvater des Argus und mythischen Gründer der ersten Handelskolonie auf den Peloponnes. Geschichte Die ältesten Siedlungsspuren reichen bis zum Ende des Neolithikums. In mykänischer Zeit wurde auf dem Berg eine Burg errichtet. Auch die Dora hinterließen ihre Spuren vor allem durch Siedlungen und ein Apollonheiligtum. Klassische Antike in ach-arscher Zeit galt Argus als wirtschaftliche, künstlerische und politische Vormacht der Peloponnes. Alle drei Positionen gingen im 6. Jahrhundert v. C.H.R. Verloren Seit dem 6. Jahrhundert stand es stets im Schatten bzw. in Rivalität zu Sparta. Die Auseinandersetzungen lassen sich bis ins 8. Jahrhundert v. C.H.R. Zurück verfolgen Die Niederlagen gegen Sparta 546 v. C.H.R. Einen 30-jährigen Frieden mit Sparta um im Peloponnesischen Krieg Partei für Athen zu ergreifen, was Argus jedoch keinen Nutzen brachte. Auch ein Zusammenschluss mit Korinth um 392 v. C.H.R. führte nicht zum Erfolg. Der Staatsverband wurde bereits 386 v. C.H.R. im Königsfrieden wieder aufgelöst. In der Folgezeit Alexander des Großen blieb Argus unter wechselnden Einflüssen bis es in der Römerzeit relativ unbedeutend wurde. Argus hatte um 500 v. C.H.R. etwa 30.000 Einwohner, die auf eine funktionierende Kanalisation vertrauen konnten. Unweit der Stadt befand sich das Herin von Argus, eines der wichtigsten panhellenischen Heiligtümer. Argus wurde in der Spätantike wiederholt von Barbaren geplündert und zerstört, so 267 von den Herulern, 395 von den Guten unter Alarich i. und 586 von slawischen Stämmen, es blieb aber stets besiedelt und konnte spätestens im 5. Jahrhundert als Bischofssitz wieder eine gewisse politische Bedeutung erlangen. Ab dem 12. Jahrhundert wurde die Festung Larissa Burg Larissa auf dem Berg befestigt und zur stärksten Verteidigungsanlage auf dem Peloponis ausgebaut. Die nachfolgend wechselnden Besitzer, Franken und Venezianer, blieben bis zur Eroberung der Stadt durch die Türken im Jahre 1463. Die zwischenzeitliche Rückeroberung durch Venedig unter dem Dogen Francesco Morosini konnte an der Herrschaft der Türken bis 1821 nichts verändern. Die erste griechische Nationalversammlung wurde nach der griechischen Rückeroberung in Argus abgehalten bis Nauplia 1829 Regierungssitz wurde. Söhne und Töchter der Stadt Sehenswürdigkeiten Imposant ist das in den Felsen gehauene Theater, das 20.000 Zuschauer fasste und wo heute wieder zahlreiche Vorführungen stattfinden. Unterhalb des Theaters befinden sich die besterhaltenen Reste von Thermen auf griechischem Boden. Auf der bis 1998 überwachsenen Agora befanden sich unter anderem einige Säulenhallen aus dem 5. Jahrhundert V. C.H.R. Eine Rennbahn sowie der gut erhaltene Rundbau eines Nymphäens, das 200 N. C.H.R. in ein gewöhnliches Brunnenhaus umgewandelt wurde. Im Archäologischen Museum ist vor allem ein Fragment eines Kraters aus dem 7. Jahrhundert V. C.H.R. Erwähnenswert, dass die Blendung des Polyphem durch Odysseus zeigt, sowie die einzige vollständig erhaltene Rüstung aus geometrischer Zeit. Die Burg Clarissa auf dem weithin sichtbaren Hügel geht auf die mykenische Zeit zurück. Reste der Agora von Agus Ein kleines Theater auf der antiken Agora von Agus Das Nymphollen des antiken Agus Antikes Odeon in Agus Die gut erhaltenen Thermen Einwohnerzahlen Sport Der heimische Handballverein AC Diomides Agus wurde im Jahr 2013 griechischer Meister Gemeindegliederung Agus gliedert sich in sechs Ortschaften und 18 Siedlungen. Näheres siehe unter Agus Mykene Hashtag Gemeindegliederung Partnerschaft Episkopie Republik Zypern аб slash Vertvi Publikη Republik Zypern Abwech Aus Terence Evidiane Abwech Präsident Abwech So Abwech